So, nochmal ein kleines Beispiel zum Bestimmen von Ortskurven. Wir sparen uns die Berechnung der gefragten Punkte, sondern wir nehmen einfach an, wir haben eine Kurvenschar kt, t durchläuft alle reellen Zahlen und wir haben die Tiefpunkte schon gefunden. Die sollen folgende Koordinaten haben, t² und 2t hoch 4 plus 1. Die Frage ist, wie lautet die Ortskurve der Tiefpunkte dieser Kurvenschar? Die Parameterdarstellung ist ja direkt gegeben. x in Abhängigkeit von t ist t², y in Abhängigkeit von t ist 2t hoch 4 plus 1. Wir schmeißen den Parameter t raus, indem wir diese Gleichung hier auflösen nach t und dann hier unten einsetzen. Wir haben x ist gleich t², lösen auf nach t, t ist dann plus minus Wurzel x und setzen das jetzt hier ein. Das plus minus spielt keine Rolle, es entfällt, Grund des hoch 4 und wir erhalten am Ende 2x² plus 1. Falsch wäre es jetzt zu sagen, das ist die Ortskurve. Das wäre nämlich eine Parabel 2x² plus 1, die auf den ganzen reellen Zahlen definiert ist. Denn wenn ihr hier her schaut, seht ihr, x ist t². Das heißt, egal was ich für t einsetze, auch wenn t alle reellen Zahlen durchläuft, x kann niemals negativ werden. x ist größer gleich 0. Um also die Ortskurve vollständig anzugeben, muss man noch hinschreiben, das ist die Funktionsgleichung, y von x ist gleich 2x² plus 1 und der Definitionsbereich sind die reellen Zahlen, die 0 oder größer sind, also r0 plus oder einfach kurz x größer gleich 0. Wir haben also nicht eine komplette Parabel als Ortskurve, sondern nur den rechten Ast einer Parabel. Zum Schluss nochmal das allgemeine Schema, wie man die Ortskurve von irgendwelchen Punkten einer Kurvenschar bestimmt. Meistens sind es extrem, manchmal auch Wendepunkte, könnten auch Nullstellen sein. Auf jeden Fall muss man die Punkte zunächst mal bestimmen mit den gewohnten Methoden in Abhängigkeit von unserem Parameter klein t oder wie immer er auch heißen mag. Dann bekommt man hier diese Punkte in Parameterform. x und y hängen noch von dem t ab. Dann muss ich das t rauswerfen. Dazu löse ich hier die Beziehung x von t gleich irgendwas nach t auf und setze es hier in y von t ein. Und dann bekomme ich die Ortskurve in der gewohnten Form y von x. Und dann am Ende darf man nicht vergessen, sich hier dieses x von t genauer anzuschauen. Welche x-Werte sind denn überhaupt zugelassen? Wie in dem Beispiel vorher waren das nicht alle reellen Zahlen, selbst wenn t alle reellen Zahlen durchläuft, sondern nur die positiven reellen Zahlen inklusive der Null. Das also am Ende noch beachten, sonst fehlt eine Kleinigkeit. und ich komme schon oft nachxiedelt. Das ist ein bisschen all das ang Thanos wie es ist.